Moin meine lieben Leute, hier und willkommen zurück in einer Welt, wo zwei Brüder für Recht und Unrecht, wie Robert sagen würde, sorgen. Ja, ich bin Mr. Clou und natürlich der Bobby hier. Der Chaos-Gemade, ja, rein und zurück. Juhu, hab was gut. Hey, wo ist mein Eis? Ich hatte eine Eisenachs und sie ist weg. Aber ich habe zwei Eisen. Also ich habe ein Eisenschwert, man, ich brauche einen Stick. Bist du hier? Okay. Du bist hier. Ich bin genau hinter dir. Ich dachte, ich habe die Eisenachs bekommen, aber irgendwie doch. Links? Brücke oder geradeaus? Ich kenne die Map noch nicht mal. Ich kenne die auch nicht, das ist komplett neu. Okay, warte, ich habe... Nice, nice. Wo bist du? Hast du eine Waffe? Ja, hast du eine Waffe. Ich habe gerade aus dem Pulssuppe gegessen. Wollte ich eigentlich gar nicht. Hey. Oh, hier ist was drin. Oh. Also hinter uns ist einer, der hat nichts. Soll wir ihn umhauen? Ja. Wir hauen ihn umkommen. Paz! Oha, dein Brawler fickt mich jedes Mal wieder. Oha, er wird es jedes Mal. Sorry, es bringt halt viel. Ja, wenn es mir weh tut, bringt es Wahnsinn. Ich lege mich in meine einzigste Axt an den Kopf. Und bei mir barkt es. Alter. Ja, irgendwie schon, oder? Okay, Brawler, Achtung. Okay, dann liegt es... 3, 2, 1. Warte. Jetzt geht's wieder. Ich will den Brawler. 3, 2, 1. Los, jetzt! Jawohl, hab ihn. Der ist ein Creeper. Wo? Halten, Creeper. Team Creeper. Ich glaube... Ich hab mich schon angeschlagen. Irgendwie Angst gemacht. Ich bin hinter euch, ja. Ich bin hinter dir. Komm schon, Creeper. Ich hau dich mit dem Brawler weiter vor. Nö, Spaß. Das sind die Kollegen. Nein, 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 nein. Warte, warte. Und TNT, wir gehen zurück. Ich will hier nicht auf der enge TNT abgehen. Wuh! Ich hab was gemacht. Aber jetzt ist... Ich komm schon. Warte. Hauen wir sie um? Okay, nein. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Nö, ich hab zu wenig Leben dafür. Okay. Lauf! Wir sind feige. Warte, 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 warte. Okay, sie sind noch hinter uns mit TT. Geradeaus, geradeaus. Bobby, du links, ich rechts. Okay. Oh, ich glaube links, äh... Ja, sie folgen dir! Das war's. Ach, super. Leute, wir haben es geschafft. Ableckwiss man überall Nummer 7. Oh ja, ich werde es so abhauen. Die werden die so nicht finden. Ich lach mir. Ich lach mir nicht. Ich hoffe, wir haben es hier Nico wieder schlagen. Ha, 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 ha! Nico, der James Bond unter dem Minecraft-Spieler. Nein, nein, er ist noch im Tunnel. Er ist noch im Tunnel. Sie ist mei! Bobby, I got a little bit of problem. Ich hab ein Problem, ich weiß. Oh, Mann. Oh, ich hab gar einen Dream. Sie wussten, dass ich da irgendwo... Wo bist du denn? Dream? Oh. Ich glaube, ich laufe noch ein paar Runden in dieser Mitte. Nö, ist der Bolt. Er macht die zweite Runde. Und er sprintet ins Ziel. Goal! Was für ein Tunnel. Na, ich bin immer noch auf der langen Gerade am Laufen. Wo man Richtung Mitte geht. Okay, warte. Was ich aber aufgehört. Warte, ich komm mal... Ich hab übelst geil Stuff. Darum, ich komm mal Richtung Mitte. Siehst du den blauen Zeppelin? Äh, ich seh nur einen blauen Ballon. Ja, eben. Ja, den seh ich. Okay, wir treffen uns da ungefähr. Bin schon da. Ah. Ja, wir haben uns wieder gefunden. Boah, Gott sei Dank. Okay, warte. Junge, was für krassende Staff hast du? Okay, okay. Ich sag, dass du einen Stick hast. Ähm, hier. Ja, geh her. Sag, sag, das, das. Sag, dass du einen Stick hast, bitte. Das, das, das. Äh, ja, ich hab einen Stick. Hier, einen Stick. Oh mein Gott. Okay, schnell, hier lang. Da war eine Workman. Ich will einen Iron-Sword machen. Oh mein Gott. Schnell, schnell, schnell. Kleinen Schwert. Ich hab sogar einen Kompass. Ich hab alles. Das könnte eine gute Runde werden. Junge, wir können das noch gewinnen, wenn wir den anfangen. Ja, anfangen wir. Okay. Ich schau, was kommt. 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 Da ist ein Creeper. Alles gut. Da drüben ist ein Creeper. Ich brauch, oh mein Gott, hast du was zu essen? Bitte. Ich sehe, dass da die Blow-Life ist. Ja, warte. Hier. Drop, kommt, drop. Das müsste für dich genug sein. Meinst du? Ich esse schon viel. Okay. Nice, nice, nice. Sie kommen. Ich hab ein Eisenschwert. Warte. Sollen wir sie ficken? Wir ficken die. Die sehen gar, dass wir besser ausgerüstet sind. Jetzt sind wir Abzug. Paz. Achtung, der TT. Wir lassen uns nicht erschrecken. Hier, Kuchen. Ich geh außen rum. Ich geh außen rum. Ich hol mir den von hinten. Okay, da kommt da eh einer von hinten. Oh mein, der ist halt auch Brawler. Junge, ein Eisenschwert muss doch viel stärker sein hier. Okay, den einen habe ich. Wo ich ein Eisenschwert habe. Ich bin tot. Den einen habe ich. Oha, was war das jetzt? Jawohl, ich habe den anderen. Wuhu. Nice. Wo bist du? Dort, wo du gestorben bist. Hm. Hast du vorhin zu mir gesagt, oder? Hm. Ich suche dich gerade. Nimm mein Eisenschwert auf jeden Fall. Dann hast du eine Chance. Gegen die zwei. Du musst nur noch ein Team gegen dich jetzt. Ist nur noch ein Team gegen mich. Ah, fick dich doch. Also ich bin jetzt da, wo ich gestorben. Genau wie diesen blauen. Waduh. Bist du? Warte, blau. Warte, blau. Warte, hier kann es sein. Warte, zurück, weg, 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 weg. Warte, es ist nur einer. Der andere kommt erst noch. Du könntest ihn jetzt umhauen. Der andere kommt erst. Probier den zu lange zu kriegen. Schnell, schnell. Okay, er kommt jetzt. Jetzt musst du gleich abhauen. Jetzt musst du weg, 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 weg. Ah, ich habe den einen. Nice, nice. Er ist hinter dir. Verzauberte Schwert. Ich schau nach was. Sieht nach Stein aus. Ja, aber ist nicht schlecht. Lad dein Leben auf. Du hast die bessere Rüstung als er. Ganz klar. Ja, toll. Ich habe aber irgendwann Hunger. Ja, lad dein Leben auf. Du kannst kurz was essen, aber du musst so weiter. Echt? Ja, kurz was essen wird sich ausgehen, würde ich sagen. Aber knapp. Ja, geil, geil, geil. Okay. Jetzt darfst du nichts mehr essen. Jetzt musst du eine enge Runde ziehen. Okay, ja, lauf mal da rein. Ich schau, wie ich einen Ausnehmen oder so hin kann. Einfach geradeaus. An diesem Brunnen vorbei. Kannst du schon kämpfen? Hm, ja. Du hast aber sonst schon einen Vorsprung, dass du nachher wieder was essen kannst. Du kannst wieder was essen wahrscheinlich und dann umgehen und kämpfen. Also. Nice. Ah, schade. Ah, komm, mach ihn fertig, Bobby. Gewinn dieses Ding. Nice. Jawoll, ich habe sie geschafft. Gott sei Dank. Sehr gut, Robert. Ah, die letzte Runde, wo wir gezockt haben. Mein Gott, endlich. Ah, das war es wieder für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Und. Haut rein. Ciao. 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 Vielen Dank.